Musik Wir hatten eine sehr freundschaftliche, eine sehr angerichtete Diskussion, wo es einmal um die Frage des Maisanbaus ging, ein sehr großes Thema auch für die Landwirte natürlich, und wo es nochmal um die Frage ging, der Akzeptanz der Landwirtschaft, bei vielen Fragen, die die Energiewende anbelangt, Massenbau und so weiter. Insofern ein sehr, sehr eindrucksvoller Termin und jetzt geht es weiter auf den Bauernhof. Musik 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 Musik